Der letzte Tauchgang der Elba-Tour 2014 stand an. Der letzte Tauchgang der Elba-Tour 2014 stand an. Der Führreichtum an diesem Riff ist sehr groß. Viele Wärme tummelten sich an den Hängen. Der letzte Tauchgang der Elba-Tour 2014 stand an. Der letzte Tauchgang der Elba-Tour 2014 stand an. Der letzte Tauchgang der Elba-Tour 2014 stand an. Das Riff ist eine kleine Schatztruhe. Es gibt Stallwände mit sehr viel Leben. Dann wieder kann der Taucher bis auf das Riffdach aufsteigen und im Sonnenlicht die kleinen Tiere beobachten. Der letzte Tauchgang der Elba-Tour 2014 stand an. Der letzte Tauchgang der Elba-Tour 2014 stand an. Mähent maybe an die K-K-K-K-K-Kite. Musik 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 Auch dieser Tauchgang geht zu Ende. Damit auch diese Reise zu den Riffen um Elba. Die Tauchgemeinschaft wird noch lange an diese schönen Stunden denken. Und bald wieder kommen. Musik 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 Musik